In diesen Wochen zwischen Allerheiligen und Advent sind wir nachdenklicher als sonst während des Jahres. Die Tage werden kürzer, fallende Blätter, Nebel, Dunkelheit geben dem Monat November sein Gesicht. Alles Leben zieht sich zurück, so beschreibt es sein Dichter. Vielleicht geht uns der Monat November auch deswegen so sehr aufs Gemüt, weil es in diesen Tagen und Wochen so viele Vorboten des eigenen Sterbens gibt. Und dahinter verbirgt sich die Frage, was zählt vor Gott, wenn wir ihm unser Leben zurückgeben? Ist es Geld oder Besitz? Hilft es, wenn wir unter den Menschen gut bekannt sind oder wenn die Zeitung oft über uns berichten konnte? Unser dritter Diözesanpatron, der heilige Bruder Konrad, dessen 200. Geburtstag wir in wenigen Wochen feiern können, er kann uns bei diesen Fragen behilflich sein. Er hat gesagt, die Menschen brauchen dicke Bücher, um darin zu erfahren, was Gott von uns haben möchte. Bruder Konrad sagt, ich brauche das alles nicht. Ich nehme das Kreuz in die Hand und schaue mir Jesus am Kreuz an. Er wird mir schon sagen, was ich tun soll. Das Kreuz ist mein Buch. Im Evangelium an diesem Sonntag stellt Jesus klar, worauf es ankommt. Er stellt nicht die Schriftgelehrten als Vorbild hin, die normalerweise den anderen sagen, was zu tun ist. Nein, auf eine arme Witwe lenkt Jesus unseren Blick, die eben eine Gabe in den Opferkasten wirft. Ihre kleine Gabe kommt von Herzen. Hier kommt nicht jemand in den Tempel, der von seinem Überfluss abgeben will. Nein, hier kommt jemand, der sich selbst hingeben will. Ja, Gott sieht allein auf unser Herz. Eine solche Botschaft entlastet und macht Mut. Bei diesem Gott und in dieser Kirche ist für jeden Menschen Platz. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!